Das ist Jonas Koch und jetzt geht's, wer hat die schnellsten Beine? Wer kann die letzten Meter hier noch schneller absolvieren? Es ist Jonas Koch vom LKT Brandenburg Team, der die Arme nach oben reißt. Und das Team seit diesem Jahr, der drittplatzierte Marius Jessenberger. Ja, das sieht sicher aus. Philipp Ries vor Christopher Schmig. Auf den Plätzen 4 und 5. Der Führende in der LBS Cup Gesamtwertung. Nachher beginnt die Rechnerei, ob er das Trikot verteidigen konnte. Applaus für den Rothausfahrer Arnold Fiek, der für den... Zielanlauf, die nächste große Gruppe beim großen Radklassiker in Merdingen 2013. Stark dezimiert, das ehemalige...